Hallo liebe Natural Bodybuilding und Fitnessfreunde, ausgegeben im Anlass dieses Kurzvideo von mir, worum geht es, am 30.03.23 hat ein GNBF Athlet, der André Patrice, ein Video veröffentlicht mit dem Titel Scorecards manipuliert, Fragezeichen, wo sind die zwei Punkte? Dieses Video wurde vier Tage nach der Meisterschaft veröffentlicht. Zwei Tage nach der Meisterschaft schrieb André mir bereits eine Mail und bat um Aufklärung, warum er sich so platziert hätte. Natürlich hätte ich ihm auch die Antwort gegeben, aber ihr könnt euch sicherlich vorstellen, dass im Nachgang einer zwei solcher großen Meisterschaften sehr, sehr viel zu tun ist und es etwas Zeit benötigt. Nun, die Zeit hat er mir nicht gegeben. Vier Tage später ging es dann online auf Social Media, auf YouTube in seinem Channel und ich möchte vorweg schicken, dass ich André als Mensch und als Athlet sehr schätze. Er hat eine außerordentlich schwierige Geschichte, Stichwort Herzoperation, ist vielleicht vielen von euch bekannt und ist auch seit, wenn ich mich richtig erinnere, seit zehn Jahren schon GNBF Athlet, vielleicht sogar noch länger. Ich kann mich jetzt an das Jahr 2013 noch gut erinnern. Da war ich der Meinung, ist er in Werdau gestartet bei der Deutschen Meisterschaft. So viel vorweg. Warum jetzt also mein Statement? Nun, ich beginne mal, Entschuldigung, mit der Headline, Scorecards manipuliert. Alleine das, gelinde gesagt, ist schon wagemutig, geht schon unter die Gürtellinie und es impliziert letzten Endes, dass eventuell bei der GNBF nicht sauber gewertet wird und dass wir die Scorecards manipulieren. Gelinde gesagt, naja, da kann sich jeder seine eigenen Gedanken zu machen, aber sowas geht natürlich gar nicht. Zu den Inhalten möchte ich nur auf einige ausgesuchte Sequenzen eingehen, die mich da besonders, sag ich mal, zu einer Stellungnahme nicht nötigen, aber wo ich gerne eine Stellungnahme zu abgeben möchte, weil wenn das so stehen bleibt und nicht gerade gerückt wird, gibt es ein schlechtes Licht für die GNBF in der Wahrnehmung, da draußen in der Öffentlichkeit. Und es sind eben Behauptungen aufgestellt worden, die sind grundsätzlich falsch. Und das möchte ich hier einmal aufklären. Beginnen möchte ich aber mit zwei Sequenzen. Das eine ist die Sequenz, wo er sagt, dass es Diskrepanzen im Vorfeld zwischen Evo und der GNBF gibt und er beruft sich auf die da, dass es da Schwierigkeiten gegeben hat und so. Fakt ist, ich habe mich sehr intensiv und ausführlich mit der Evo-Geschäftsleitung vor einigen Wochen per Telefon ausgetauscht. Und wir sind beide zu dem Schluss gekommen, dass es nicht richtig passt und wir haben beide unsere Punkte genannt, haben uns aber gut ausgetauscht und haben die Zusammenarbeit einvernehmlich beendet. Insofern mit Evo habe ich persönlich überhaupt kein Problem und ich wünsche auch der Evo Classic weiterhin viel Erfolg bei der Veranstaltung ihrer Wettkämpfe. Was dann folgte, war eine Sequenz, wo er sagte, dass das Ganze nicht mit rechten Dingen zugeht. Auch wieder auf Evo bezogen, dass er nun bei Evo auch als Head Judge sogar auch aktiv ist. André, das kannst du doch nicht ernst meinen, dass das Ganze nicht mit rechten Dingen zugeht. Ich sage mal in Anführungsstrichen nur aufgrund der Geschichte, auf der Vorgeschichte mit Evo. Wie gesagt, es gibt keine Probleme zwischen Evo und der GNDF. Wir gehen jetzt unterschiedliche Wege. Es ist alles in Ordnung und ja, so ist das im Leben. Manchmal ist es so und mehr möchte ich jetzt dazu auch nicht sagen. Dann gibt es noch eine Sequenz, die ich auch extrem schade fand, wo André sagt, er möchte, er hat sich nicht monatelang vorbereitet für einen Wettkampf, hingeflogen, die Familie kommt und so weiter, nur um am Ende veräppelt zu werden. André, das kannst du nicht ernst meinen. Nach zehn Jahren GNDF denkst du wirklich, wir wollen dich als Top-Athleten veräppeln? Sorry, das kann ich auch nicht so stehen lassen. Da bin ich auch enttäuscht, dass du das so ausgedrückt hast. Das ist nicht in Ordnung aus meiner Sicht. Jetzt kommen wir aber zu den wesentlichen Teilen, wo hier Fehlbehauptungen aufgestellt wurden. Und das bezieht sich auf das Judging-System. Grundsätzlich werten bei der GNDF nicht sechs, sondern fünf Juroren. Das ist eine Fehlinformation. Und dann wusste er es wohl nicht oder keine Ahnung, warum er darauf nicht eingegangen ist. Die beste und die schlechteste Wertung wird jeweils gestrichen. Das sind so zwei Dinge. Und wen es interessiert, der kann sich das Erklärungsvideo zur Wertung, speziell über André Patrice, bei der letzten deutschen Meisterschaft am 25.03. in Weizrode anschauen. Beziehungsweise am 26.03. da war ja die Classic Physik auf der Bühne. Der Head Judge Daniel Giltner hat hier ein sehr schönes und transparentes Video zur Wertung erstellt. Ich will eben da draußen kurz das Video einmal zeigen, kurze Aufklärung zu der Punktevergabe, als auch hier rechtlich, um entsprechend abgesichert zu sein. Wir beziehen uns auf die Kategorie Mainz Classic Physik 2. Betreffend ist hier André Patrice Peter mit der Startnummer 102. Ihr seht, das System ist abgesichert. Ich kann auch nichts mehr ändern. Hier würde das Änderungsfeld, wenn hier die Eingabe stattfinden wurde, betreffende Personen waren die fünf gelisteten Judges. Und hier unten auch nochmal ziemlich eindeutig zur Erklärung, wie das System abläuft und wie die Berechnung abläuft. Punkt Nummer 1, Feststellung der Tatsachen, dass behauptet wird, sechs Judges würden werten, ist gänzlich falsch. Eine absolute Fehlinformation, die dahingehend interpretiert wird von der Gesamtpunktzahl, die wir veröffentlicht haben. Nehmen wir doch einfach mal das Beispiel André Patrice. Also in diesem Fall Startnummer 102. André Patrice hatte die Punktzahl von Judge Nummer 1, 1. Judge Nummer 2, 2. Judge Nummer 3, 1. Judge Nummer 4, 4. Und Judge Nummer 5, 2. Ergibt, wenn man das beste und das schlechteste Ergebnis streicht, eine Punktzahl von 2, 1, 2. 2, in diesem Fall 5. Und wir haben den Multiplikator, weil der ist wichtig für die Semifinale. In diesem Fall ist Semifinale und Finale werden beide mit 2 koeffiziert. Das hat damit zu tun, dass wir einen Koeffizienten hinterlegen müssen. Und da ist schon die zweite Fehlannahme, dass eine falsche Berechnung in dem YouTube wird, erläutert wird. Also wir waren bei der Berechnung 2, 1, 2, weil das schlechteste und das beste Ergebnis gestrichen wird. 5 mal 2 ergibt 10. Somit die Gesamtpunktzahl in dem Semifinale ohne die Kür auf Platz 1. Auf Platz 2, auf dem wir nachher die Punktgleichheit haben. Deswegen nur zur Klarheit 2, 1, 5, 1, 3. Hier ebenfalls das beste und das schlechteste Ergebnis gestrichen. In diesem Fall 2, 1, 3. 6 mal 2 ergibt, wenn man in Matheunterricht aufgepasst hat, 12 und dementsprechend die 12. Also halten wir fest, in der Vorwahl war Ande Patrice vor Niklas. So, steht ja auch hier hinter. So, jetzt kommen wir über die Kür. Hier wird die dritte Behauptung dargestellt, dass es keine Zeit war, weil ja kein Vergleich mehr gefördert wurde, sozusagen ein weiteres Ergebnis einzufordern. Aber das kann auch in dieser Klasse gar nicht realisiert werden, weil ja noch die Kür ansteht. Und nach den ganzen Küren erst sozusagen das Ergebnis in der Finalliste steht. Gemäß Regelwerk steht auch 50% der Gesamtbeurteilung geht die Kür ein. Also geht es gar nicht anders, dass sozusagen als Finale die Kür als Extra Judge bewertet werden müssen. Auch hier gebe ich den kleinen Hinweis, es wurde gewertet mit 1, 2, 1, 3, 2. Der 2 platzierte 2, 1, 2, 1, 1. Und somit ergibt eine Gesamtpunktzahl, wenn man sich das hier unten durchliest, dann wird man das auch entsprechend finden. Beste und schlechteste Ergebnis wird gestrichen. Beste war 1, schlechteste war 3. In diesem Fall 2, 1, 2. 2, das ist wieder 5, wird wieder mit dem Koeffizenten 2 multipliziert, weil wir natürlich einheitlich festgelegt haben, auch im Regelwerk, dass Vorwahlfinale gleichwertig berechtigt werden. In diesem Fall haben wir eine Gesamtpunktzahl von ursprünglich mal 20 gehabt. Die Zahl merken wir noch. 10 plus 10 sind 20. Gehen wir auf den Zweitplatzierten doch einmal an, der jetzt zum Ende natürlich gewonnen hat. In diesem Fall war er noch bis zuvor war der Zweite. Er hat die Kür abgelegt. Wir haben die Kür bewertet, beziehungsweise die 5 Judges haben es bewertet mit 2, 1, 2, 1, 1. Beste schlechteste Ergebnis wieder gestrichen. In diesem Fall 2 und eine 1 bleibt übrig. 2, 1, 1 ergibt zusammen 4 mal den Koeffizenten 2 ergibt 12 plus 8, 20. Also halten wir fest, bis zu diesem Abschluss waren beide auf 20. Jetzt können wir natürlich keine Erstplatzierten auf 2 mal 1 oder 2 mal auf 2 vergeben. Deswegen muss eine Abfrage von kommen, von den besten Ergebnissen. Und ich habe diese manuelle Abfrage nochmal vor Ort gesagt. Das konnte man übrigens im Video auch sehen. Ja, das wurde ja auch entsprechend gut geschnitten und reingeparkt. Wo eine 3 zu 2 Entscheidung ganz klar auf der Seite von Niklas, also Startnummer 71, auf die 1 gewertet wurde. Somit, weil die schlechteste Punktzahl immer eine Platzierung nachrückt, musste ich hier eine 1 vergeben. Und deswegen steht jetzt hier nicht 20, sondern 21. So, damit man das mal versteht. Ja, also ganz massive Fehlbehauptung. Und in diesem Fall hoffe ich, dass das Video gezeigt hat, dass hier keine Manipulation stattgefunden hat. Und auch, dass das Ding einfach sicher ist. Man muss halt als Head Judge, ja, auch von anderen Verbänden, in diesem Fall hat man sich leider Gottes sehr unprofessionell verhalten und hat Fehlbehauptungen reingesagt. Weil man, ja, keine Ahnung hat, sondern man hat nur die Gesamtpunktzahl gesehen und hat Dinge reingedeutet, die nicht sind. Und letzte Fehlbehaltung und damit schließe ich schon das Video ab, ist folgende, dass der Best-Poser-Pokal vergeben wird für die beste Kür. Nein, das ist völlig falsch. Das haben wir auch nie gesagt. Das ist eine reine Spekulation bzw. Interpretation dahingehend. Ich habe auch, und das wurde übrigens aus dem Video rausgeschnitten, ich habe gesagt, dass die beste Präsentation in der Klasse bzw. wir müssen es ja vergeben für alle Klassen und deswegen gleichwertig würden die Leute nicht den Pokal in der inneren Auswahl zählen, die keine Kür haben. Somit haben wir uns darauf geeinigt, dass der, der das am besten verkörpert in seinen Pflichtposen, es kann die Kür drin sein, es muss aber nicht die Kür sein und schon gar nicht zählt die Kür alleine. Ja, ich denke, damit sind diese, ist diese Sache aus der Welt geräumt. Ich kann dazu auch nicht mehr sagen, ich war nur echt enttäuscht und auch entsetzt, wie ich dieses Video gesehen habe. Vielleicht ist es so in Zeiten von Social Media, dass man mit einer reißerischen Headline dann Klicks generieren möchte oder was auch immer, dass dann aber, wie gesagt, Fehlbehauptungen aufgestellt werden. Das kann und möchte ich, möchte ich vor allen Dingen auch nicht im Raum stehen lassen. Ich wünsche André jetzt bei seinem nächsten Wettkampf in Holland viel Erfolg bei der INBA Netherlands. Wir haben auch persönlich darüber gesprochen bei der Meisterschaft und wie ich fand, ich habe mich sehr gefreut, André zu sehen und wir haben uns wirklich sehr gut, respektvoll und man kann schon sagen, freundschaftlich miteinander unterhalten. Ich habe zu André gesagt, pass auf, es war knapp, guck, dass du die Pro-Card holst in Holland oder, falls er nach Manchester fährt, bei der WM. Wenn es nicht reichen wird am Ende, habe ich immer noch die Möglichkeit, bei der PNBA für dich eine Wildcard für die Profis zu beantragen. Das Format hast du. Ich wünsche dir viel Erfolg, gutes Training und ich hoffe, mit diesem Video die Wogen einigermaßen geglättet zu haben und vor allem eine Klarstellung erzielt zu haben über die Fehlinformationen des Videos, der Inhalte, die im Video von André behauptet wurden. In dem Sinne, train hard, stay natural. In dem Sinne, train hard, stay natural.